Hebt im Einatmen links das Bein, zieht im Ausatmen dieses Knie ran und stellt den Fuß kontrolliert nach vorne. Einatmen High Lunge, richtet euch also auf und stehen. Breitet im Ausatmen die Arme nochmal aus, hebt im Einatmen den Brustkorb an und noch einmal diese Drehung nach links. Einatmen wieder in die Mitte und hier gebt ihr wieder die Hände vor der Brust aufeinander und neigt den Oberkörper mehr nach vorne, sodass eine richtig lange Linie von der rechten Ferse über die komplette Rückseite bis zum Hinterkopf entsteht und auf dieser Achse dreht ihr euch zur linken Seite, bringt den rechten Ellenbogen ans linke Knie und das Becken stabil ausgerichtet. Ihr hebt den ganzen Brustkorb wieder weg von den Hüften nach vorne und nehmt diese Drehung dann ganz sauber aus der Körpermitte. Nun, wenn ihr weitergehen möchtet, breitet die Arme wieder aus, setzt die rechte Hand aus und an den linken Fuß streckt den linken Arm nach oben aus. Und wieder ist es dann nicht unbedingt der Hebel, der mit dem linken Arm da oben entsteht, sondern wirklich die Bewegung aus der Körpermitte und der Arm folgt. Und wenn ihr gerade eben sogar in diese gebundene Variante gegangen seid, bringt den linken Arm in den Rücken, greift mit dem rechten Arm unter dem linken Bein hindurch und haltet dann mit der rechten Hand eventuell das linke Handgelenk oder einfach die Finger oder sowas, je nachdem was möglich ist. Ihr benutzt diesen Griff, um hier diese linke Körperhälfte da oben mehr aufzurollen, nicht um es enger zu machen. Manchmal verwechseln wir das. Es geht nicht darum, diese Position enger zu machen, sondern in Wahrheit eine Ausrichtung zu finden, der wir noch ein bisschen mehr Platz finden.